Was geht ab meine Freunde, hier ist euer Aragilos, this is for the A, es geht weiter, es hört nie auf, bis wir endlich mal eine Runde gewonnen haben und dann geht es wieder weiter, heute mit dabei, Pryosh 1601, GbMank 88, let's fetz. Habibis, was geht ab? Geht eben geht's doch. Ihr solltet euch aufwärmen, der Einsatz geht bald los. Feinde landen im Einsatzgebiet. Was gleich alle auf der Aragilos wieder gehen, die scheiß Streamsniper. Gibt's ja nicht mehr mit der. Genug Training, jetzt wird das ernst. Oh, ein entspannt Flugzeug, wo ein bisschen mehr mittig fliegt. Komm, erst runter, probieren wir es. Soll ich den Helikopter nebendran? Obwohl, ne, ne, ist eigentlich blöd. Wenn die jetzt so dritt da oben landen, ist das kacke zu zweit. Wir gehen da alle drei rein. Und wenn der Helikopter hochkommen soll, gehen wir halt nur das vordern, jetzt sind wir da. Ja. Ohne, ohne Rücksicht zu schaffen, ist ja eigentlich der Druck. Oh ja, vielleicht brauchen wir echt noch eine. Boah, da sind Helikopter. Einer ist tot. Auf practical. ich weiß hab jetzt nicht ob der andere hat der heli ja weil oben ist nämlich schon hier ist eine kiste ich habe das jetzt noch eine schrubflätzung keine moni keine ahnung da oben sind hier noch vereinzelt ein bisschen money und waffen aber nichts wahres nichts ganzes ich habe die jetzt eben hast du bekommen worden ja okay gut weil ich wollte nicht sagen aber die waffe wo ich hier die pistole die ist richtig geil ja die hat drei schuss sei mich mal kurz runter im hausbrittel und ja wir können auch hier rüber springen ich gehe rein ja das seitliche haus ich habe jetzt eine empflege von nein da wo ich gepinkt habe aber wir können auch kopf kommen können gucken ist ja mal ich bin ich vom dach runtergekommen da zieht er auch kein fallschirm und das ist okay hier ist aber nirgendwo money rennst du grad hier oben drauf ich renne unten ja egal okay dann unten aber du bist am rennen ich bräuchte stumm gewähr das kopfgeld ziel auszuschalten steckt geben hier schon mal wir können auch jetzt schon an loadout gehen ja ja allein du hast schon genug aber keine einzige platt ein feindliches team jagt dich pass auf das gas nähert sich der macht er den lotter unten oder oben schütze ja kann jemand nur platten holen ja ich hole können schon auch und hier ohne gab es auch noch ich habe es nämlich für den platz ich habe es jetzt von jemandem statt und ich habe es nämlich für den platz ich habe gar keine das ist weiß nicht aufgeteilt geworden sehr geil so lange gewartet bis es gepasst hat okay auf den häusern gegenüber hey hier steht ein heli rum hast du deine sniper ja ziemlich doof ich habe sie nicht genommen ich gehe noch mal kurz runter im haus bedürfnis ist das dann aus ich habe auch einen präzisionsluftschlag ja okay plan quadrat markiert alles klar luftschlag im anflug keine treffer diesmal nein die haben doch gerade die tür und aufwürde zugemacht war geht mein ding zwei drohner ich werde mir jeder macht das jetzt mit dem ersten schuss direkt wieder immer noch ein stück zu hoch k.o. der eine ist k.o. ich habe weder drei spring gleich mit daneben dran war noch einer jahren ja ich habe nur meine ake scheiße welches haus war denn das da um das was da doch da ging ich doch mal los doch mal los ja ja alles wird gut ich bin da dann leg dich auch hin du erhältst eine ausrüstungs lieferung sonst zwei hier schießt hier schießt so ich komme jetzt wieder hoch kopfgeld ziel aktiv holt es euch vier platten habe ich ja ich könnte auch noch ein roter zauber scharfes gewerb doch aber von wo haben die jetzt eben noch geschossen es war von links also waren es dann die wo wir eben schon beschossen haben da hinten genau da der ziel darf man sich trotz ja aber gordon aufpassen da sind nämlich aus dem anderen gebäude nämlich auch noch mal welche ja ja lass es dann auch hin hab jetzt die platten genommen ich ja der jan auch aber er wurde wieder abgeschossen ach so ok ich gehe zu dem loadout ich würde sagen gehe erstmal in den shop die da hinten platten holen oder da ist aber gerade einer also jetzt nicht runter gehen da ist gerade eben einer hin da ist da eben hier drüben ein taxi wir sind in der sicherheitszone gleich geht hier heiß her ja entweder im häuschen oder nebendran da ist er einfach da ja wir sind auf der anderen Seite ja der ist zu schwer gell jetzt sehe ich ihn nicht mehr doch er ist im haus nein links ist er ja aber ein anderer ist im haus drin ja da ist noch einer im minimum sind es zwei wow ok danke alles wird gut ich bin da von dem gebäude gegenüber von uns soll ich mal klappen machen gehen da muss jemand klappen machen erstmal kommst du auch jetzt hier rein du bist da drin ok das müssen wir nur gucken nein warum gehst du jetzt die könnten vielleicht jetzt hochkommen worden ja die können wir ja gleich zusammen holen weil hier oben macht es nicht mehr viel sinn zu bleiben jetzt ich habe gedacht jetzt erstmal hier an der shop bei dir bestätigt die platten holen kann alles mit gut ich bin da gut dann müssen wir jetzt nach hinten wir müssen jetzt nach hier hin hier ist dein Händler wenn du was brauchst oder ja hofft man da runter das sind die Berge immer so scheiße hochkommt das ist so eine Pflaume holy schatz oh da hört es aber an als wird er gepalert also ja ne so gut es kann sein bei den häusern hinten wieder ich seh mich hier mal hoch da ist ja meistens irgendwas drauf wenn du was hast du jetzt noch alles bei dir ich habe eine drohe noch dann hol jetzt noch loadout ich habe gedacht du wolltest das sein dann war kurz was dann jetzt ja ich brauche ich meine das sturmgewehr deswegen holst du einfach dann holst du jetzt du shit drin oh du shit drin schweiß raus bitte ich verhelfde deine ausrüstungslieferung ich verhelfde deine ausrüstungslieferung da kann ich noch mal immer wieder zu sein ja mehr in die zone ein bisschen gucken ich hab dein herz lag bei solch die drohne ja mach ruhig kommt dann läuft ein kleineren bogen wir wollen jetzt zu blau oder wollen wir zu zu gelb ja aber dass das haus ist behindert als das jetzt hier weil das ist niedriger ja hier links wo ich stehe aber ihr wisst sie können auch hier drin sein mit geist naja gott noch gott noch ich bin noch nicht mal oben ach so wir können ruhig gleichzeitig rein aber ich brauche noch was dann sag anwender von jetzt hier oben ist keiner da drüben achtung pass auf die stehen da drüben ich habe eben schon gesehen ob er ist k.o. der erste und getötet ich sehe keine anderen grad wir sind ganz recht am aufgang wo ich reinpasst okay also bei eben war noch zwei stück ganz rechts toll der shop ist natürlich in der mitte jetzt hier ist keiner mehr von mir da war aber die dreimal da war aber die dreimal body broke der feind springt hier ab ich kann sich schon direkt sagen weil morgen um drei feiern machen ich denke warum aber wenn du verlierst was passiert das war schlecht mit ein teammitglied wurde als meistgesuchtes ziel markiert du musst es beschützen eigentlich gerne da hinten das auto war das hier ein fahrzeug entdeckt das ist das wird das bewusst eben schon angeschaut abgeschossen also zu dir wurde eben schon geschossen welches auto meister rechts habe ich auch anfangen gemeint aber ist egal das ist ja auch jetzt sichtbar für alle krasse gesellschaft ich hasse das wenn die der wand ist der ist aber auch irgendwo im stein gerannt ist das dem gehört der hat sich nämlich angehört dass wir eben hinter der gewesen ok dann nehmen wir dann dann nehmen wir gerade neben dir und die die gruppe der in dem lkw war eben noch geld ohne waffe stefan steht jetzt im stau seit nach der arbeit so viertel nach fünft oder sowas glaube ich oh die arme sau mit dem infall oder sowas mit dem helikanen runter ja das ist bestimmt wo er ist und gerade bei ihm ja für ehrlich das ist im selben haus wie eben gerade in der selben wo du sie eben aufgenommen hast in der selben wo du sie eben aufgenommen hast sind ja ich muss von der anderen seite dran ich verstehe oh nein 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 und zwei dann nimmt ihr schnell noch die waffe oder genau ja ich kann nicht so ein bisschen kann er dein kopf nicht noch sehen das war schluss eben du musst du es verlassen machen der matthias ist nicht da doch der ist gerade in die party reingekommen ja was guck mal was kriegst du es nicht angezeigt ja eigentlich schon und ich habe es eben nicht gesehen wie lange spiel ich schon? eben gerade die erste runde von mir und ich glaube scheiße nicht so freund aber mir hat es noch ein bisschen gedauert ey ich muss noch was hier essen und das war noch verrückt das war noch verrückt nicht direkt ist schon draußen oder? eh morgen morgen ne was für ein update man wie bei uns update erfordert ein neustart man fliegt auch schon gewundert ja ist ja schon zwei tage her also wie lange habt ihr jetzt noch zu schaffen an der baufstelle wo ihr jetzt dran seid? ja ich glaube ich bin nur noch morgen so ein kleines äh so ein studentenapart oder was ok kommst du in die Tür rein jetzt direkt links ins Bad und Dusche woho gehst du drei schritte weiter ähm nicht mal einen schritt weiter so eine kleine kochnische gehst du wieder einen schritt weiter bist du schon in dem Sinne schlafessen aus der Tür raus ja krass das ist so hart also so eine kleine Puff und da haben wir jetzt halt das Bad ist schon fertig gestrichen Boden haben wir heute rausgerissen ok wenn du Decke da neben allen zimmer da schon einmal fundiert dass wir morgen eigentlich schon noch das zimmer nochmal das zweite mal streichen und dann aber erstmal den ganzen scheiße Hausräumen da steht nur das Bett von dem Typ oder dringend gewohnt halt äh na klar ich muss ja echt sagen warum misst die das eigentlich machen? weil das was ich gehört habe von der Wohnung die ist ja voll widerlich das sind die Schaben umgelaufen boah wie krass man ja ekelhaft ekelhaft ich habe nur drei stück habe ich getötet dann kann es passieren dass ich vielleicht morgen kotzen werde nee jetzt ist alles weg klar weil da drei stück lebten das waren seine Haustiere ich weiß nicht was sind diese Kochnische weil die Kochnische da ist so ein Hängeschrank den tun wir morgen weg und die komplette äh Spüle gedöns wo da unten drunter noch ist das kommt auch auf das ist das was 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 das hat für dich schon ok er hat schon mitgenommen krasse gesellschaft alle was sind wir denn hier Wahnsinn wir warten auf den einsatzbefehl das ist Teil zum aufwerfen was kannst du ja seltsam das ist das ist das ist was haben wir haben Ah du Füße. Hier, hier, geh doch da hin. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Frau, muss man immer technisch beidringen. Achtung, das Gas breitet mich aus. Ist das okay oder wo war das denn? Blö, können wir euch machen. Könntest du jetzt da wieder machen. Und am Regen klettert. Hier ist schon einer direkt bei mir. Oh ja, mit dem C. Hier, bei mir, hier, bei mir, schnell. Ja, ich habe auch den Kill bekommen, die waren eliminiert. Ich auch. Sehr schön. So spielt man, wenn er schnell an ist, ja. Und hier oben ist nichts drauf. Gott, verdaulich. Komm mal rein, schnell, ne? Ihr habt die anderen Häuser. Ich gehe jetzt hier rüber. Plackierung bereits bewegt. Jetzt geht es drin. Ja. Aber Mauerausbeute bei mir bisher, muss ich sagen. Keine Waffe. Bisschen Kohle. Tote Stille. Tote Stille habe ich auch. Alter, Mann, ich habe die falsche Seite gewählt, ne? Hier ist eine Schroetzlinke. Nee, hier habe ich eine OZ, also eine MP. Ich habe jetzt was. Das ist sehr viele Belegungen. Ich habe keine Platte, alle. Aber ein leichtes NG. Ich habe noch einen. Ich würde noch einen abgeben. Ich bin jetzt im Schraub. Nee. Ach, natürlich. Jetzt mache ich schon eine goldene Kiste auf. Und da ist keine Platte, äh, Wester drin. Ich habe eine Schroetzlinke. Okay, ich habe wenigstens eine Platten, äh, Plattenkiste. Na, also. Hier kannst du noch, äh, Munition noch füllen, gell, Gagor? Will, dass wir einfach noch nicht haben. Brauche ich? Nö, ich habe eigentlich voll. Ich gehe mal aufs Dach. Ich habe sie eben aufgemacht. Äh, war die hier schon? Ich gehe hier rüber. Aber nicht auf dem Dach, oder? Doch. Da bin ich doch übergesprungen. Nicht mal hier, wo ich bin. Doch, da, da habe ich eben gerade die, die, die Kiste geholt. Ja, ich bin oben auf dem Dachgeber. Ah. Okay. Das gibt es doch einfach nicht mehr wieder. Ich bin hier in dieses Burger-Shop, wirst du deswegen? Ach so. Ja, nee, da war ich nicht. Äh, wir können hier nur noch kaufen, gell? Das ist scheiße. Das Gas kommt! Nichts Schock. Ich finde auch keinerlei Plattennetze. Ich habe jetzt noch zwei Reserve. Die mache ich jetzt rein. Hier ist ein Händler, falls jemand seine Vorräte auffüllt. Hier ist ein Händler, falls jemand seine Vorräte auffüllt. Ja, dann gehen wir hier an den anderen. An den gegenüber jetzt, rechts von uns. Reserviert. Okay. Der, wo man alle drei bestätigt haben muss. Ja. Telefon. Wir sind in der Zoll. Haltet die Augen offen. Cola haben wir erst schon viel, oder? Ja, dann kann einer von euch, äh, nur, äh, Dings holen. Gordon, am besten du. Ich hole eine Drohne. Ja, du musst ja aber nicht mich sehen, Jan. Das geht mir ja nicht darum, dass man mich anguckt bei Call of Duty. Hier liegt mal, äh, Dings. Klappenkiste. Klappenkiste. Oh, direkt bei uns im Haus. Was ist hier bei mir? Nein, hier. Okay, bin in Bewegung. Da hinten dran sind, sind die Anne. Was hast du? Kai, kannst du die hier noch nehmen? Mach der Birke jetzt. Jetzt haben wir drei Stück. Ja, aber mach die nochmal an, falls die jetzt gerade auf uns zukommen. Mach du mal deine an. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ja, so wirst du jetzt weglaufen, so nicht. Ich gehe da. Nee, 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 die kommen. Dann bunkern wir uns hier mal ein bisschen. Das ist der Scheiße, das ist nur unten hier. Da kommt eh hier durch die Tür. Er ist tot. Die anderen zwei sind hinten dran. Nein, der ist body broke. Der ist hinter dem Bauch. Ah, ah. Mach der erste Mal, roll es weiter. Ich bin ja noch heile, heile Gänz hierher. Oh, was war der, geht der? Alter, der ist an dir vorbeigelaufen, Matthias? Ja, einer ist tot. Der ist tot. Ich habe jetzt die andere Seite abgecheckt. Oh, der ist einfach an dir vorbeigelaufen. Shit, da. Ich bin gerade draußen, wollte gucken, weil das wird das mal was schon mal. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Ich bin schon drin. Ich bin auch gerade. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Er hat mit seinem scheiß C4. Oh nein. Alter, wie schlecht war das denn? Nee, die Runde hat es verdient zu gewinnen. Bist du wie jetzt drin, du? Ich bin gerade drin, ja. Scheiße. Dann guck lieber nach einer Lupe. Wenn du eine Lupe irgendwo finden könntest. Ja, in downtown, ja. Ah. Ah, scheiße. Ja. Das ist so, der Bringer jetzt hier. Jemand in der Brasse selber wäre? Wer soll ich hier nehmen? Der geht im Stadion. Der geht im Stadion. Der will, dass wir von der Herd haben. Der will, dass wir von der Herd haben. Der will, dass wir von der Herd haben. Der ist eben auch einer runtergekommen, ja. Ja. Na, komm. Na, komm. Ich bin hier die Lupe eingeschmassen, hast du auch gemerkt, aber es geht. Hau sie nicht. oben auf dem dach sehe ich glaube ich kein muss ja jetzt muss ich nach unten waschen ja ach so ganz unten ja es ist schon wieder gleich in die hose scheiß logische schlussfolgerung das auf derselben etage guckstreich nehme ich nicht mal das ist aber auch dasselbe es recht vielleicht gerade so verein matthias raus direkt hier rechts neben der treppe ja hol dir wenigstens den revolver oder das über mir aber was war das jetzt richtig man schwule maus braucht mehr geld matthias hat das restliche geld bei mir stand gasmaske eben ja geh noch mal rein golden gehen noch mal ein jetzt da so zu stehen ist auch blöd gasmaske ich bin da ich bin da ja dann gehen wir aus hier ist ein händler ich sag so wie geht denn das man ist doch auch weit weg wir sind jetzt wieder ins stadion rein oder ich bin jetzt auch schon drin gesagt ihr könnt jetzt nicht rausgehen wo drin gelandet hier ist auch irgendwo in einer kiste ja das ist oben oder woher kommen jawohl gott legt mal wieder platten ja ja es reicht das man kommt kommen und gibt mir meine waffe jetzt besser als bist du unten oder oben ich bin bei der oben dankeschön worden die türen die wir nach oben aufgehen die macht man auch wieder zu und mein gott eine ziemliche auswahl und autos da draußen oder sogar drin sechs autos und ist das wenn man mp wird zuerst stellt haben nee danke ich habe eigentlich eine pistole die finde ich ganz geil willst du hier warte kommen ja dann war das alles ergibt ja mein schild her und ich gebe dir dafür ja hier war dann tut jetzt hier aber auch was holen einfach nimm dir einfach hier und nimm die jetzt seid ihr auf der anderen seite gero ja ja schweiz schweiz voll auf die brust geascht alles runtergefallen ach scheiße brauch ich jetzt gar nicht meine hier ist eine mp wie du willst dann kannst du deine wieder nehmen brauchst du mp muni dann ach ich habe selber nur 90 praktisch ok ok das gas breitet sich auf hallo werde beschossen ich bin mir nicht ganz sicher schweiz hm schweiz ich dachte mir eben schon gott warum stehst du da so komisch ich habe was gehört und dachte mir war das jetzt der martin bleibt einfach mitten in der tür stehen ich habe die tür aufgemacht da habe ich kurz geguckt du hast du siehst noch aber auf der minikarte dass der mattias das hätte sein können ja komm gehst mal gucken videos das wäre unsere siegesrunde gewesen wollte ich nur gesagt haben ich denke auch mit dem mangel an waffen das wäre die auserwählten runde gewesen aber ja ja aber der art nach hat es kaputt gemacht ach und krach hat jeder eine waffe gehabt was war jetzt ich habe mein wasser geschüttelt ich starb zu lesen das wäre der mattias deswegen habe ich gar nichts gesagt so ist es ja pause wie ehrlich fehnchen style viele zuschauer haben wir eigentlich guckt ihr eigentlich zu oder ja ich weiß nicht das geht bald los ok dann ist ja mal wieder ein bisschen leider bitte rein nein ich meine die dolly ja ich habe auch ein bisschen raus los mit den spielchen es geht ins kiffgebiet ok battle royale gas nähert sich deiner position darf einer von euch entscheiden mir ist das der jacke du hilfs ganz unten geht wir können aber auch oben schon an den damm oder wir gehen wo ganz anders dahinten das heißt ich wo willst du dann hin dienen worden das ist mir egal nein sag jetzt du wolltest eben sagen dann gehen wir ganz anders hin wo willst du jetzt hingehen der farmland oder sowas aber das ist halt voll weit weg das ist bringt ja was farmland du siehst schon wie die zone ist oder ja es hat so eine lupo noch einzeln und wir gehen hilfs runter als heiß Frau ok wieder wieder ja will ich schon sein ok da sind ja nicht mehr drin ich gehe zum aussichtspunkt ich komme dann schnell runter zu euch weil ich habe nämlich eine zugangskarte ja ja ich sehe die gar nicht normal sieht man die doch ne die sieht nur die kreisselbe ja ok dann gehen wir direkt runter oder was ja scheiße wir wurden ja eben grad die waren ja eben gar nicht so weit weg ja ich habe noch keine waffe ja ich kann mir ja gut vorstellen dass sie hier drüben bei meinem blauen pink sind ich gehe dahin da unten steht eine kontakt der ist der sieht aus als wäre afk krass stimmt was macht denn der da ja aber lass den der hat sich aber einen schönen platz ausgesucht ja ich weiß halt jetzt nicht ob wir zum bunker gehen sollten oder nicht weil jetzt sieht es mir so aus als würden die einfach nicht mehr hier irgendwo sein also der typ ist auch weg ich denke mal der ist gekickt worden ja es war bestimmte fellow so irgendwas genau da ist eben einer weggeflogen ja da ich wäre nicht so abgeneigt ich habe nur eine sks und ja ok ich habe nur eine ak oder also ko un Oder ist was da ist was da ist was voraussisch heiße und sie sind da die sind da leute leute die sind da die bedrohung war eine waffe ja dann machen die kipps auf und hol dir eine waffe hab schon hab schon die sind über uns ich auch nicht ist wahnsinn kein rucksack nix oh ja da oben sind so die trecksäcke kommen die kommen jetzt rein ich habe keine platte dann legst du noch schnell hinkommen beeilung habe ich habe toten still soll ich mal gucken ob ich irgendwie sehe ja was sollen wir denn machen jetzt anscheinend sind sie da ich mache platten rein ich habe sofort bescheuert fahren die eben weg da kommt jetzt zweites team das kann sein das kann auch sein dass sie probieren das sollen so ich probieren ja es ist das von voll krank doch hier ist doch hier hinter euch ist doch die bazooka ich wollte gerade sagen die probieren da mit dem auto runde zu fahren aber kriegst du doch lustig zu beobachten okay sie kommen wieder so man verpisst euch doch einfach ihr huren söhne naja das sind doch verschiedene müsste man jetzt davon ausgehen ich finde es aber immer noch so unsicher hoch zu gehen ja da kommt was da kommt wieder was nächste und andere schatten okay hat jetzt da wo du liegst ist es halb voll kacke bis sie dann da sind oder die gordon ist es wirst du dann nämlich kommst sind wir schon tot siehst du so was erholen da war nichts mehr zum schmeißen nix ausrüstungslieferung ist unterwegs ich gehe kurz zum loadout hätte ich jetzt eine gute waffe könnte ich sagen okay komm ich gehe jetzt gerade hin die wird markiert aber ich habe totale schmutzwaffe ich habe nur das mg hier da ist ko einer ist ko die kommen ich habe jetzt wieder belegen alles gut dann schnell waschen die sind dann noch alleine da ist noch eine dann der eine ist weg anderen habe ich nicht gesehen ja ja ich war ja eben schon am gucken nach oben aber ich habe nichts gesehen oben ich habe keine mehr ich habe noch vier wörter dann gibt mir jetzt noch eine von dir ich war stehen jetzt mit meinen toten stille achtung ja ich habe auch noch zwei reserre ich habe eigentlich auch gedacht das sind vier ja die haben ja vorhin doch hier oben nochmal gefeitet herrscht zeigt jetzt kein mehr an ich habe nicht so viel munition jetzt noch ich auch nicht ich habe eine muni kiste alter ich brauche das ok ja achtung muni kiste kommt hier ist ein herzschlag von einer will man das interesse hieran aber es waren halt echt vier ich habe ein kill ich habe auch ein ja dann sind es doch nur drei stecken wir achtung erst noch mal zurück bleiben der zukunft wird so jemand drauf sitzt also der loadout ist ja auch direkt da ich gehe ein bisschen weiter links ja hier ist keine doch ich bin doch die wand an ach halt aufs maul ey herrhu ein söhne aus dem nichts Ah, das ist dran noch einer. Der pusht mich. Bleib erst mal noch zurück. Ja, direkt auf den Kampffektor. Schade. Ätzend, dass die jetzt genau da dran waren. Ich hab einen noch genug. Oh, der Hammer hängt. Waffe, Betäubung, Körner. Ich seh nichts mehr. Ey, ey, ich schmerz dich. Das gibt's doch nicht. Diese verfickte Kacke. Ich hab jetzt nicht anvisiert und er war trotzdem schneller als ich. Das ist so... Du hast seine Täuschgranate, Gorn. Du bist auf seine Täuschgranate reingefallen. Ne, ne, ne. Das nicht, aber... Ach, der Dach. 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 Jetzt kurz Stefan zurückrufen. Wo wird's sehen? Ich geh hier rüber. Ach so. Ich weiß schon, ob der Lodert jetzt mal abgekämpelt wird. Ja, also Lodert hat überhaupt keinen Sinn. Das wär ja auch relativ nah an der ganzen Zone-Geschichte. Ja, muss halt hoffen, dass in den zwei heute noch was drin ist. Weil wenn nicht, dann sieht's alt aus. Kann natürlich sein, dass hier irgendwer steuer auf dem Wald schiffen. Naja, da wird schon ne Zone Gold. Auf geh, Runde. Naja. Naja. Da sind auch welche. Da sind auch welche. Ah, fuck. ja dann geh hier rüber hinter dir das geht bei boney hat gucken wo da war ihm schon so ja 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 ich kann doch gar nichts mehr schief laufen die fliegt doch aber die zu neben dieser dies hinter dir sind ja jetzt neben dir da war sie gott du musst ja dann hat man hat steckt immer noch im stau bewegt sich keine millimetre krasse gesellschaft also stefan da muss irgendwie ein bisschen weiter weg fahren irgendwas für sohn von seiner freundin abholen dann war irgendwie ein schwerer unfall wohl helikopter kam alles mit blaulicht zu 200 meter vor dem halt muss er mal beim lieferdienst anrufen ob die auch in den stau liefern die verhandlung kann es sein dass du gleich hier die scheiße wieder an dass wir komplette harry potters im film im fernseh kommen ja sind die ältesten für filme überhaupt ist ja auch nichts entgangen kannst dir vorstellen harry potter ist der frodo beutlin des der zauberer wir warten auf den einsatz befehlen zeit zum aufwerben er Oh, ich war hier schon unten Das war genug vorgeplänkel, jetzt wird das ernst Ich habe noch von Ihnen gesetzt Jetzt fangen wir hier an und gehen dann rüber zum Shop Okay Ja, hier zu dem dann In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Geld bekommen Wir sind alle zum Bunker gehen, die Drecksäcke Boah, guck mal, ja Schmutzberger 3000, ey Oh Gott, ach so, hinter uns Boah, Alter Ich habe keine Platten mehr Ja, ich bin drauf Herr Gott, fliegt doch immer weiter Was machst du denn? Du hast dem jetzt wieder die Chance gegeben Der ist hinter dir noch Das ist aber nicht mehr Der landet, das ist der, wo hier, da gerade fliegt Da, ich gehe rein Matthias Wittner beschossen Sogar jetzt schon drei Stück Alter, die fliegen alle hinterher Die sind alle hinter dir Nein Boah, und hier fliegt bei uns Fliegen bei uns auch noch welche mit Kontakt Lass uns hier rein Ja, hier wo blau gepinkt ist Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren Was tut es? Türen rein Ah, toll, ja Dein Theeminglied ist erledigt Und kehrt zur Basis zurück Super Runde Feinde landen im Einsatzgebiet Fliegt irgendeiner Ja, hier draußen direkt Gut So eine krassen Pistole Der ist hinter dem Stein hier Ich gehe in die Richtung Nein, 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 hier vorne Auf dem Zug ist jemand auch drauf, Achtung Ja, ich habe halt nur eine Pistole Ja, trotzdem als Backup kannst du mitlaufen Boah, wo ist der hin? In das Haus rein Ja, bestimmt hier in Duster Hier entlang Altes Haus ist noch unbenutzt Ach, Hände dir zu Ja Wer hat denn schon so mit Geld? Das nix Oh, Manny Ich habe auch nur Pantons Kiste Ach, okay Dann, 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 mach, mach, komm Top ist der nächste Ja, da an dem Haus, wo du gepinkt hast Ja 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 Ich habe eben gedacht, ich hätte einen gehört Das Gas kommt Nö Nö Alter 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 Ey, ich kann doch nicht riechen, dass du von oben runtergesprungen bist Du siehst doch aber meinen Arm Ja, aber erst, dass du drin warst 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 Lieber zu früh geschossen als zu spät Ich hole ihn und du holst dir eine Drohne Ich bin schwierig, dass ich Geldklima Ich habe Bargeld gefunden Sturmgewehr Na, das sei gut, oder? Nächster Waffe Lassen wir haben hier noch Wir sind in der Zone Haltet die Augen offen Jetzt warten wir hier auch kurz Da kam ein rein Adios Ja, wo wollen wir jetzt sind? Wollen wir jetzt zu denen, die uns eben abgewandert haben, oder? Kannst du ja eigentlich mal deine Drohne anwerfen Ah, Floyd Verwendete Drohne ist in der Luft Ah, die sind weg, okay Was? Wo ist das da hin? Ich seh mich hier mal um Ja, das sind die auch bestimmt Weil die sind dann noch zu zweit Gucken wir jetzt mal hier noch an dem Shop, ob in den Häusern irgendwas drin ist Ich glaube, ich habe eine noch gesehen, wo beim Helikopterplatz in der Nähe war Okay Aber die zwei, die bewegen sich auch grad nicht, gell? Doch, die kommen uns entgegen Jetzt sehen wir sie natürlich nicht mehr Fick, ehrlich Ja, Ton ist leer Da sind sie Da sind sie Hasten? Ne, ne, ne Nein, da ist in dem kleinen Häuschen drin Nein, nebendran ist auf jeden Fall, Alter Jetzt ist er Jetzt ist er Jetzt ist er auch bei einer Der drin hat keine Platten mehr Ja, ich auch nicht So, dann macht er Komm Einiges Hinsender Ja, okay Da ist K.O. Äh, tot auch Ich mach Platten Da kommt ein Auto von links Lass mal, der zeigt aus, Achtung Dann lass uns jetzt wieder mehr ins Haus Scheiße Schon angeschossen, Alter Feindlicher Präzisionsflugschlag Entdeckungsflugschlag Nein, Präzisionsflugschlag Ich mach mal jetzt hinzu hier Oder die Tür Oder die Tür Ja, bringt aber nix, weil die ganzen Dinger sind eh auf die Fenster Das stimmt Mal, das war das von euch Ja Kann der Gordon jetzt noch hoch? Hahaha Du, Asi Du, Asi Kommt da hoch Ja, der war dir das hat Ja, probierst du aber Aber man kommt doch mal dann hoch Ja, aber ätzend Jungs, ich leg mal hier hin Achtung Muni Ja Geil Weil eigentlich war das jetzt dumm Die waren trotzdem nur zu zweit Die sind da Ich hätte eben gedacht, ich hätte einen hier reinhüpfen gehört Ach, die sind hier meinst du, die sind da Ich hab's jetzt eben gesehen Ausrüstungslieferung ist unterwegs Wer war das? Ich Weil ich dann, wenn die jetzt gleich irgendwo sind runter springen kann und von hinten kommen kann Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Aber Leute, ich will hier eigentlich jetzt nicht die Ich hab grad volles ekelhafte Gefühl, weil die waren nur zu zweit Der eine hat jetzt auch die Krone für der Strat dargenommen Jawohl, verstanden Ach komm, ich mach ein Fenster kaputt Okay Wo war das denn jetzt? Hinter uns Ah Hinter dem Scheißstein In jedem Fall der von Von überall Überall Auf dem Dachbau, meine Alter, krass Sind wir die ganze Zeit im Häuschen drin oder doch Aber Da scheinen sie alle überhaupt Das ist ja gar nicht Das ist ja gar nicht Wie gesagt Kai Oben auf dem Dach Von dem Haus Da ist noch einer Der schimmelt oben auf dem Dach Gibt's doch nicht halt Ja Komm nicht zu mir So Hm Kacke Du bist jetzt im Gulag Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden Wenn du wiederkommst, dann kann ich hamstern holen Dann kannst du hinfliegen Hast du lange wartet? Ich bin schon drin Wenn du diesen Kampf gewinnst Käst du zurück an die Front Aber wenn du verlierst War's das Zeit, deine Freiheit zu verlieren, Soldat Ja Alter, war ich scheiße Was ist das gewesen, ey Ich krieg das im Gulag nicht mehr hin Ich Ja, vergiss das Haus drin Ja, da habe ich mit dem Auto neben dran Ich habe ein Fahrzeug Aber die Zone kommt schon, Manny Die Zone kommt schon Ich habe es ja genau, oder? Okay, probier's aus Keine Ahnung, aber wenn's merken Wenn er auf dem Dach oder sowas liegt Geht's vielleicht Ja, das wäre auch krass gewesen Ja, das wäre auch krass gewesen Ja, ich geh Ich hab dir blau gepinkt Oh, Alter Ich bin echt krass gewesen Ja Man hat sich echt wieder die Richtung weggelegt Ja, fahr einfach weiter, warum bleibst du denn da stehen? Ich hab' da einfach stehen, aber ich glaub' das ist wieder irgendein Bug Gut Einmal mach' ich mal mit, dann Ja Fertig Ich glaub' wir brauchen jetzt erstmal noch ein, zwei Wochen bis wieder so zweimal zweiter werden oder so Ja Ähm Der ist nie mit der zusammen Alter, ist das dein Ernst? Ganz zum Schluss Der ist nie zusammen, ganz zum Schluss Ja Wenn's vorbei ist Hallo, die haben Kinder zusammen Ja, wenn's vorbei ist, sieht man, dass das die zusammen sind Nein, die sind auch vorher schon zusammen Gott Mein Gott, alter wird Und dann nicht, ach der sagt, oh die findet die Harry Potter ist cool, ey Er versteht sie dich mal Das auch nicht, aber Alter, freigabe ab 12, Gott, das ist so hoch für dich Nee, nee, nee Warum sagen dann die Nerds, äh, Harry und Jeannie werden ein Paar? Ja So Ja, die Nerds Ja, die Nerds Ja, die Nerds Jetzt, jetzt, ey, wir, jetzt, 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 ich, ich, nee, ich kann die nicht mehr vervollnehmen Chill Ach, die Nerds Ja, die Nerds Sag mal Ich dachte, du meinst jetzt irgendwelche Nerds aus Harry Potter Oh, Mann Hast du die Filme gesehen oder lügst du schon wieder? Na, ich hab dir gesehen Ja, das kommt mir nicht so vor Ich würde sagen, Hilfs, oder? Ja, was wollen wir? Wo wollen wir hin? Entweder direkt Was heißt direkt? Ja, links halt, wie immer Ich weiß nicht, was da alles hingeht Halt ja direkt, das wird lieber Da gibt's noch einige Frauen Mal hinten Ah, das sind schon einige, Gordon Okay Hier nur gucken Ja Das schießt schon bereits oder auch müssen Kommst du noch? Hier hin? Ich geh in die Richtung Ja, ja, klar locker Angriffsfreigabe für alle Angriffs sind stopp Ich hab kein Schild, das hab ich mitgenommen Ich hab gar nix hier oben Hä, wo haben die denn diese ganze Scheiß Loot hingepackt? Hier ist ein AK Das gibt's doch nicht Sturmgewehr hab ich Und ne Panzerkiste hab ich auch Ich hab ne große Panzerplatte Also Panzerweste hier Achso, du hast, du hast Okay Dann Gordon, wo bist du? Ganz unten Ja, ich würde dir jetzt eine halb noch geben Eine Panzerplatte Platte Okay Wolltest du das mal bis hin? Ja Ja, mach Ja Hier Zählt Will jemand dein Schild? Ja, will ich nicht Danke Okay Haben wir ein Panzer rumgefunden Haben wir eben grad vollgebracht Was ist denn der AK? Ja, hier ist noch eine Kilo Hier ist ein Sturmgewehr Ne, da war halt ich lieber mein Maschinengewehr Wo wollen wir hin? Wollen wir hier die Häuser erstmal noch nehmen? Ich geh in die Richtung Hört schon mal Ich bin ein Schildgewehr Ich bin ein Schildgewehr Was ist noch von der Sniper geschwiss? ich glaube dass wir jetzt so langsamer an die zone mehr sonst wird es nachher nämlich schwierig sich am platz zu ändern hat jemand der sniper dann guck mal darum läuft er nämlich drauf ok dann schießt doch du bist ein idiot wir sind in der zone haltet die augen das bringt nichts weil wir können nicht schießen ich gehe hier rüber die waren halt da oben können wir schauen wir treffen noch nicht ja ich gehe rein da rein ja du willst mal looten noch 400 fehlen uns noch ich gehe mal hier in die Tankschälfe ne Tankschälfe ne geht schon mal ein Trophy so ja hier ist ein Händler falls ihr was braucht hinter uns auf feindliche Drohne über uns feindliches Fahrzeug feindliches Fahrzeug ich habe hier einen Händler falls ihr Vorräte braucht da drüben sind auch noch alle Pösen zu kann halt sein dass das Auto jetzt auch da zum Schock ist ja dann würden müsst ihr sehen links runter uns steht einer ja links runter uns steht einer ja ich mache es direkt ja ausrüstungslieferung ist unterwegs feindliche Drohne über uns wo von irgendwo war ein Schusscard oh ja das hat es gut erwischt ja das sind Sniper wir müssen eigentlich das probieren weg ja hier aus der Richtung irgendwo ich gehe in die Richtung ich stecke fest das gibt es doch einfach nicht ey dass wir jedes mal wegrennen müssen ey ja lass uns jetzt hier mal irgendwie nach oben oh ja ausrüstungslieferung ist unterwegs ja boah alter das ist die Schnurzneife das ist die Schnurzneife ne 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 deckt mich doch am Arsch alter ich wisse das Gas verbreitet komm wir gehen hier schnell hoch ja ja ich weiß nicht ob ich das dahinter das ist jetzt so gar nicht getroffen doch doch feindliche Drohne über uns also nicht getroffen aber auf mich halt kommst du gerade hoch ja ok kannst du dich bewegen hm jetzt haben wir natürlich gerade wieder den Loadout getroffen hast du noch Platten ja ja fünf Stück hab ich noch können wir jetzt eigentlich nur von hier hoch kommen oder ich weiß nicht wir haben mal gesagt im inneren gibt es auch irgendwas naja war haben wir ja dann abgesucht die können nur von hier hoch kommen kämpfer 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 ja und aber da ist einer da drüben ja auch oben habe ich will jetzt hier eigentlich nicht weg weil wenn die ist hoch kommen können wir so am besten noch treffen ist denn noch jetzt hier oben siehst du noch ne ich hab nicht mehr gesehen dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns das ist nicht mehr nein ich muss nachladen oh gott sei dank ist der runter gesprungen oh 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 die die fallen und dann sind sie tot ich hab mich hier voran was hast du für eine zwei voran zwei mps ja leider gottos sonst hätte ich mal eine andere Woche genommen oh ja von hier oben Gordon von dahinten K.O. Ja, K.O. ist er, ja. Ich treffte den nicht, Mann. Ja, dann geh hin. Ja, der wird kein Dreck, der will eben haben, entschuldige ich jetzt, komm. Da kommt einer hoch, da kommt einer hoch! Ja, scheiß weg, ey. Fuck. Kommt einer hoch? Oh, was ist das, Mann, ey. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du nicht, warst das für dich. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Du hast sie alle fertig gemacht. Bereit machen für einen neuen Einsatz. Du bist schon wieder drin. Ja. Wollten wir hier an die Lupe gehen, oder wollen wir? Hamstern? Gibt es nicht, haben es dann oder so? Ja, aber sauerweil weg, halt. Jemand ist, dass wir mit der Lupe können wir zusammen schaffen. Lufa, welche Lupe? Die Wusch gewinkt hat. Das ist doch Hamstern. Da gibt es ja auch ein Stück Geld, ne? Zumindest so viel, dass du halt einer holen kannst. Ja. Wir müssen halt nur hoffen, dass die Lupe noch bleibt. Das sieht aber aus, als wären die unten drin, nicht oben auf dem Haus drauf. Ohne, das ist jetzt ohne über uns. Boah, es schießt schon. Von wo? Malpechlüsse irgendwo hinter mir. Hey, kann man ja nix mehr rein? Das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Das ist ziemlich ätzend. Hier kommst du hoch. Was ist denn das schon wieder für ein Fickgebäude? Feindliche Drohne über uns. Boah, läuft einfach jedem Geld wieder vorbei. Das ist das scheiß Ding zu holen. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Wo läuft die Richtung, als haben wir noch die Sniper denn, glaube ich, ne? Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Nächstes Ziel entdeckt. Nein. Ey, wo ist die Waffe hin? Welche Waffe denn? Das ist noch mal eine andere. Meinst du, die da? Nee. Hast du, ne? Auch nicht die Rotflände. Nein, 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 die wollte ich nicht. Ich hatte eigentlich eine MP und wollte irgendeine andere da. Kommst du? Ja, hier ist noch eine Kiste. Ja, hier ist noch eine Kiste. Das Geld haben wir ja schon gedüngt. Ja. Dann bewege ich jetzt deinen Hintern. Vorbei die Spaß hier. Langsam ist auch mal der Weltschutz bei dir weg, ey. Nee. Oh, nein. Echtes Ziel entdeckt. Oh, Salven. Ah, nee, Slaven. Stimmt. Slaven. Slaven. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Bornwood. Matthias, ping mal bitte, wo der nächste Shop ist. Da, da, oder da. Hier ist eine Versorgung. Das kommt. Waffen nehmen wir den da hin. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gebossen. Welche nehmen wir jetzt? Die, wo wir jetzt noch zulaufen. Haltet die Augen offen. Alter, kann schon auf den Spinnen drauf. Hier ist noch eine Platte. Habe Panzerung gefunden. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Fick die Wand, dann hab ich mich erschreckt. Der ist direkt rechts neben dem, äh, gut zu sehen. Hakt die Wand an. Der ist ja immer noch. Gibt's doch nicht. Alles klar, Leute. Das war euer Gilos. Der ist vor die A. Hauptsinn, immer locker bleiben. Lassen voll oder da.